So, und jetzt sind wir etwas früher dran, als wir gedacht haben. Aber das macht nichts, denn wir haben eine sehr spannende Keynote von Mascha. Sie wird uns etwas über künstliche Intelligenz von der Praxis zur Theorie oder umgekehrt erklären. Bitte, Mascha. Vielen Dank. Ja, es freut mich sehr, heute hier zu sein und mit Ihnen über das Thema künstliche Intelligenz zu sprechen. Wir werden sehen, es gibt natürlich Potenziale. Ich werde ein bisschen darauf eingehen, was KI eigentlich ist, was sich hinter diesem Begriff verbirgt und auch, warum ich den Begriff eigentlich nicht so treffend finde für das, was wir aktuell haben. Und dann insbesondere auch auf die Limitationen eingehen und aufzeigen, was Gefahren sind, die wir mit dieser Technologie haben. Ganz besonders die Stereotypen der Gesellschaft, die in der Technologie verankert sind. Das ist auch ein Thema, mit dem ich mich in meiner Forschung an der Berner Fachhochschule auseinandersetze. Ich möchte als erstes mal so ein bisschen einen Eindruck gewinnen, wer hier heute da ist oder was schon mit diesen Technologien gemacht wurde. Und ich fange deswegen mal an mit der generativen KI, die ja seit ChatGPT sozusagen in aller Munde ist. Und frage deswegen, wer hat schon mal ChatGPT ausprobiert oder ähnliche Tools zur Generierung von Texten. Ja, man sieht ja, das ist tatsächlich überall schon fast, ja, wurde schon viel verwendet. Wie sieht es aus mit Bildgenerierung? Dali, das neue ChatGPT Mid Journey. Doch auch schon viele, die es ausprobiert haben. Sehr schön. Es ist ja so, dass man ja in den letzten Monaten immer häufiger von KI gesprochen hat und sich eigentlich auf diese Produkte der generativen KI, die uns erreicht haben, sich bezogen hat. Aber KI oder eigentlich, was eher gemeint ist, Technologie mit maschinellem Lernen hat noch ganz, ganz viele andere Anwendungsfälle und wird auch in anderen Anwendungsfällen schon viel länger eingesetzt. Um uns ein bisschen auf dieses doch relativ breite Thema einzustimmen, habe ich mit ChatGPT 4 hier mal ein Bild generiert, das uns zeigen soll, wie man Technik nutzbringend anwenden kann. Ja, man sieht, Nachhaltigkeit ist ein Thema. Ich weiß nicht genau, was hier ist. Auf jeden Fall gibt es aber etwas an diesem Bild, das mir noch nicht so gefällt. Und was das genau ist, darauf kommen wir dann am Schluss des Vortrags nochmal zurück. Kommen wir jetzt aber erst einmal dazu, was es eigentlich ist, diese künstliche Intelligenz. Oder beziehungsweise, was wir eigentlich heutzutage meistens meinen. Wenn heutzutage von künstlicher Intelligenz, Artificial Intelligence die Rede ist, meint man meistens die Anwendungen, die auf maschinellem Lernen beruhen. Maschinelles Lernen ist eine Art und Weise, wie wir Daten verarbeiten können und wie wir schlussendlich Software erstellen können. Und ich möchte ein bisschen darauf eingehen, wie sich das von, ich sage jetzt einfach mal, traditioneller Software unterscheidet. Andere Software, die jetzt eben nicht künstliche Intelligenz oder nicht auf maschinellem Lernen beruht, hat so ein bisschen die Grundidee, dass wir bestimmte Zutaten haben, eine bestimmte Reihe von genau definierter Schritte durchführen und dann zu einem Ergebnis kommen. Ein bisschen ähnlich wie bei einem Kochrezept. Dass wenn jetzt verschiedene Personen die gleiche Menge Eier, die gleiche Menge Mehl und die gleichen Schritte durchführen, sie hoffentlich auch zu dem gleichen Kuchen kommen, idealerweise. Und ähnlich ist es bei dieser Art von Software, wo wir bestimmte Input-Daten haben. Diese werden nach klaren, transparenten Schritten verarbeitet und am Schluss kommt ein Resultat bei heraus, das beispielsweise berechnet wurde. Beim maschinellen Lernen dreht sich das ein bisschen um. Wir fangen mit den Daten an und probieren aus diesen Daten mit verschiedenen Methoden, zum Beispiel Entscheidungsregeln abzuleiten oder basierend auf großen, großen Mengen von Texten ein Modell zu bauen, das wiederum neue Texte generieren kann. Und warum dieser Unterschied wichtig ist, sehen wir jetzt gleich an einem Beispiel. Weil diese Art und Weise, wie diese Technologie funktioniert, die sich davon unterscheidet, wie eben andere Technologien funktioniert, einer der Hauptgründe ist für die Limitationen, die wir jetzt antreffen und entsprechend auch die Risiken, die daraus resultieren. Maschinelles Lernen, ganz, ganz grob zusammengefasst, besteht aus dem Konzept, dass wir sogenannte Trainingsdaten haben. Das sind diese riesigen Mengen von Daten, die einfach mal benötigt werden, um die verschiedenen Arten von Modell zu trainieren. Wie wir gleich sehen werden, gibt es da einerseits natürlich große Unterschiede, ob man jetzt mit Texten arbeitet, mit Bildern, mit strukturierten Daten, aber auch, was die Art von Aufgabe ist, die man lösen möchte. Möchte man ein Modell trainieren, das Texte generiert? Oder möchte man ein Modell trainieren, das bestimmte Texte in Gruppen unterteilt oder Bilder in Gruppen unterteilt? Da gibt es eine ganze Vielfalt von möglichen Anwendungsfällen. Schlussendlich wird in diesem Trainingsprozess ein Modell erstellt und dieses Modell ist dann in der Lage, neue Daten, die in den Trainingsdaten noch nicht vorhanden waren, etwas damit zu machen. Eben beispielsweise eine Frage von einem Chatbot zu beantworten oder ein Bild einer Gruppe zuzuordnen. Um das ein bisschen anschaulicher zu machen, schauen wir uns das an einem konkreten Beispiel an. Möchten ein Programm jetzt trainieren, eben so eine KI-Anwendung, die unterscheiden kann, ob auf einem Bild ein Hund oder eine Katze abgebildet ist. Um das zu tun, würden wir das überwachte maschinelle Lernen anwenden. Überwacht, weil wir als Trainingsdaten Bilder haben und jedes Bild identifiziert ist, als was wir auf dem Bild sehen. Das heißt, es braucht bei dieser Art von Verfahren die Hilfestellung, dass wir sagen, unten links, da ist ein Hund abgebildet, oben rechts, da ist eine Katze abgebildet. Und zwar nicht für vier Bilder, sondern für viele, viele hunderttausende von Bildern. Und mit diesen Trainingsdaten wird dann ein Modell erstellt, das eben jetzt in diesem Fall hier für ein neues Bild, also ein Bild, das in den Trainingsdaten noch nicht vorhanden war, eine Vorhersage machen kann. Ob darauf ein Hund oder eine Katze abgebildet war. Und das ist genau einer der ganz springenden Punkte von dieser ganzen Technologie. Das System macht eine Vorhersage. Das heißt, auch ein sehr, sehr gutes Modell kann einmal falsch liegen. Und je nachdem, wie die Trainingsdaten aussehen, ob wir beispielsweise gleich viele Beispiele von Hunden und von Katzen haben, oder ob wir bestimmte Arten von Katzen oder Hunden da besonders darstellen, oder bestimmte Tiere nur in Nahaufnahme und bestimmte Tiere von weiter weg darstellen, hat das einen Einfluss, wie gut dieses ganze Modell funktionieren wird für diese verschiedenen Tiere. Das mal als Beispiel. Wir kommen dann auf die Limitation in einem zweiten Moment noch zurück. In dem Beispiel haben wir jetzt gesehen, dass wir diese Klassifikation, also diese Zuteilung in Gruppen, für Bilder machen können. Oftmals ist es auch sehr hilfreich, das in anderen Zusammenhängen zu machen, beispielsweise, um Rechnungen und Briefe automatisch zu unterscheiden. Sich vorstellt, dass man große Mengen von Daten erhält und die beispielsweise schon in Ordner vorsortieren möchte, vorverarbeiten möchte. Und da kann man nach dem gleichen Prinzip, ja, einfach gesagt, diese Art von System bauen, wo wir Beispiele haben für den einen Typ, Beispiele für den anderen und daraus das Modell entwickeln. Das eben dann, wie gesagt, eine Vorhersage machen kann und vielleicht in den allermeisten Fällen gut funktioniert. Neben dieses Beispiels der Klassifikation gibt es natürlich noch ganz, ganz viele weitere Anwendungsfälle. Ich möchte jetzt hier einfach eine Auswahl noch vorstellen von dieser Anwendungsbeispiele, insbesondere auf die automatische Textverarbeitung. Ein wichtiges Anwendungsbeispiel, das man ja viel gesehen hat, im Zusammenhang mit dem Beantworten von Fragen, wie beispielsweise bei Chatbots wie ChatCpt, oder auch bei der Vervollständigung von Sätzen, Vorschlägen, wie man etwas formulieren könnte und so weiter, ist die Textgenerierung. Textgenerierung, weil das Modell in der Lage sein soll, neuen Text herzustellen. Also wird da so einanderzureihen, dass es simuliert werden kann, als wenn ein Mensch diesen Text geschrieben hätte. Das heißt, wir haben hier für die Trainingsphase wieder eine ähnliche Situation, wie wir es vorgesehen hatten. Wir haben Trainingsdaten. Jetzt in diesem Fall hier sind das nicht Bilder mit einem bestimmten Label oder Texte mit einem bestimmten Label, einfach weil es sehr, sehr, sehr komplex wäre, die Sprache so von Hand durchzugehen und die einzelnen Wörter in Zusammenhang zu bringen. Das heißt, man müsste ja zum Beispiel sagen, dass die Erdbeere die Frucht ist einer Pflanze und dass Menschen und Tiere vielleicht diese Pflanzen essen und so weiter. Also es ist sehr komplex. Das heißt, man hat für diese Art von Modell Verfahren entwickelt, die diese Labels nicht brauchen, respektive indirekt brauchen. Man nimmt dafür große, große Mengen von existierenden Texten, deckt einzelne Wörter oder Satze oder Satzteile ab und probiert, dies herum wieder zu erraten und trainiert darauf die Modelle. Das heißt, wir berechnen, vereinfacht gesagt in diesen Modellen, die Wahrscheinlichkeit, welches das nächste Wort ist, basieren auf Millionen, Milliarden von Wörtern und Texten, die das System im Training gesehen hat. Das heißt dann zum Beispiel, dass wenn wir einen Satz haben, Anna ging in den Wald und sah einen und dann schauen, welches das nächste wahrscheinliche Wort ist, der Baum wahrscheinlich eine höhere Wahrscheinlichkeit hätte als der Ameisenbär, der vielleicht rein theoretisch ja da stehen könnte, also inhaltlich wie auch grammatikalisch, aber wahrscheinlich eher unwahrscheinlich ist. Und andere Wörter, wie zum Beispiel lächelte, die aus ganz unterschiedlichen Gründen nicht dahin passen, hätten noch einen Niedrigungsscore. Und auf diese Art und Weise können wir Stück für Stück basierend auf Wahrscheinlichkeiten, ohne jetzt speziellen Bezug auf die Bedeutung, also auf die inhaltliche Bedeutung von diesen Sätzen, diese Sätze zusammenstellen und entsprechend ausgeben. Das heißt, in diesem Fall ist die Ausgabe des Modells die Weiterführung eines bestehenden Textes oder die Antwort auf eine Textfrage. Ein weiteres Anwendungsbeispiel aus diesem Bereich, automatische Übersetzung. Wer nutzt da schon regelmäßig die gängigen Tools? Auch schon sehr viel genutzt, genau große Hilfe beim Schreiben von Mails in verschiedenen Sprachen. Und da ist es ähnlich. Das ist, obwohl es schon viel länger verwendet wurde, auch diese Art von Modell, die einen Satz in einer Sprache, also eine Sequenz von Wörtern, in eine andere Sequenz von Wörtern, in einer anderen Sprache übersetzt. Ein ganz beliebtes und, wie ich finde, auch sehr spannendes Beispiel sind natürlich auch die Chatbots. Hier gibt es ein paar Unterscheidungen, die man machen kann. Es gibt natürlich, es gibt unterschiedliche Arten von Chatbots, zunächst einmal. Einerseits können die Chatbots die Intention haben, dass man alle Fragen zu allen möglichen Themen beantworten kann, wie es bei ChatGPT ist. Also es ist wirklich eine Art von Simulation eines Gesprächs über alle möglichen Themen. Das birgt natürlich sehr viele Herausforderungen, weil das bedeutet, dass das System ja über sehr, sehr viele verschiedene Themen informiert sein muss. Was es in anderen Anwendungsfällen gibt, ist, dass man auch ein Chatbot haben möchte, der aber sehr viel spezifischer ist. Also es ist zum Beispiel denkbar, dass ich ein Chatbot erstellen möchte für eine ganz bestimmte Produktpalette einer Firma. Und zwar möchte ich dann, dass der Chatbot besonders gut funktioniert für genau diese Produkte, aber ich brauche beispielsweise nicht, dass Kenntnisse über Länder, über Hauptstädte und so weiter vorhanden sind. Dadurch schränkt sich der Fokus sehr ein, was es aber auch ermöglicht, bestimmte Limitationen, die entstehen, wenn wir diese Art von General-Purpose-Modelle haben, zu überwinden. Die zweite spannende Frage, die sich hier stellt, ist, dass es einerseits, ja, wie sich gezeigt hat, möglich ist, Kundenanfragen beispielsweise mit Chatbots zu beantworten, da man weiß, dass es gewisse Fragen gibt, die immer wieder aufkommen, die man automatisieren kann. Es aber auch Momente gibt, wo die Frage dann doch über das hinausgeht und einen Menschen braucht. Und die schwierige Frage, die sich jetzt stellt mit dieser Art von Tool, ist, wann ist denn der richtige Moment, dass die Technologie merkt oder irgendwie an einen Menschen übergeben kann. Weil das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, einerseits, um zu vermeiden, dass falsche Informationen generiert werden und andererseits auch, um zu verhindern, dass die Kundin oder der Kunde immer wieder das Gleiche fragen muss und nicht verstanden wird. Das, denke ich, sind so ein bisschen die Themen, die sich auch, ja, in Zukunft mit der Technologie stellen werden. Ich möchte jetzt noch mal ein bisschen technischer werden und einen Blick hinter die Kulissen werfen von KI zu Textanalyse und Textgenerierung. Und zwar möchte ich hier auf die sogenannten Word Embeddings, Deutsch könnte man auch Wortvektoren sagen, eingehen. Diese Art von Wortvektoren, die es erlauben, mathematische Operationen mit Sprache durchzuführen, sind so ein bisschen der erste Schritt in die Entwicklung der heute üblichen Transformer-basierten Modelle, die diese ganze neue Art von Chatbots und von Systemen erst möglich machen. In diesem ersten Schritt, sag ich mal, ist so die grundlegende Idee, dass für Menschen Wörter in natürlicher Sprache sehr hilfreich und gut zu verstehen sind. Das heißt, wenn wir das Wort Katze fangen, dann assoziieren wir damit vielleicht ein weiches Fell, bestimmte Geräusche, bestimmte Erfahrungen, die wir gemacht haben, die alle verknüpft sind mit diesem einen Wort Katze. Für die automatische Verarbeitung ist es hingegen viel, viel besser, mathematische Vektoren zu haben. Und bei diesen Word-Embeddings ist es so, dass je den Wörtern aus der natürlichen Sprache jeweils ein mathematischer Vektor von 300 Dimensionen zugezeichnet wird. In, man könnte sagen, einer Art von Wörterbuch, wie wir Wörter von Deutsch nach Französisch oder Englisch übersetzen können, übersetzen wir hier Wörter der menschlichen Sprache in diese Vektoren. Warum machen wir das? Die Idee dahinter ist, dass in diesem Raum, wo die Vektoren sind, hier vereinfacht dargestellt, auf zwei Dimensionen, in diesem Raum, wo sich diese 300-dimensionalen Vektoren befinden, können wir feststellen, dass Wörter mit ähnlicher Bedeutung Vektoren haben, die näher beieinander sind. Das heißt, bei dem Beispiel hier würde man zum Beispiel messen können, mittels Berechnung, dass der Vektor vom Wort Hund und der Vektor vom Wort Katze näher beieinander sind, beides Haustiere. Der Vektor vom Wort Pferd wäre dann vielleicht ein bisschen weiter weg und Vektoren von Wörtern, die jetzt eine andere Bedeutung und ein anderes Thema betreffen, wären eher unten noch ein bisschen weiter weg, wie beispielsweise Sturm oder Gewitter. Und diese Art von System, diese Art von Wörterbuch erlaubt es dann, automatisch Berechnungen durchzuführen, um die Bedeutung von Wörtern zu berechnen. Das heißt, wir können beispielsweise mit der Differenz zwischen Vektoren, also wir rechnen Minus, ähnlich wie wir es bei Zahlen machen würden, einfach, dass das Gleiche mit Vektoren passiert, können wir ein Rätsel lösen, wie beispielsweise Mann ist zu König wie Frau ist zu X und wir rechnen dann einen Vektor aus und sehen, dass der Vektor, den wir finden, entweder direkt dem Vektor von Queen entspricht oder ein sehr, sehr nah anliegender Vektor an diesem Wort Queen, Königin ist. Und das heißt, wir können dieses Wort X, das hier fehlt, automatisch berechnen. Diese Beziehungen zwischen Wörtern, diese Möglichkeit der Berechnung durchzuführen, ist sehr nützlich für eine ganze, ganze Reihe von Anwendungen. Wir können mit dieser Ähnlichkeit zwischen den Vektoren, mit diesen Berechnungen feststellen, ob ein Satz, eine Frage zu einem bestimmten Abschnitt passt oder welches der bestpassende Abschnitt ist und so weiter. Was man allerdings auch sehen muss, ist, dass um diese Art von Modell zu trainieren, und jetzt kommen wir wieder ein bisschen auf das zurück, was wir vorher gesehen haben, wir müssen große, riesige, enorme Mengen von Text haben, um diesen Trainingsvorgang durchzuführen, damit dieses Wörterbuch einmalig oder für jede Sprache entsprechend erstellt werden kann. Und all diese Texte, die wir dann nehmen müssen, sind dermaßen viele, dass man sie nicht mehr einfach manuell kontrollieren kann, man nimmt möglichst viele Texte, die einfach da sind und die aber alle von unserer Gesellschaft produziert wurden. Das führt dann dazu, dass auch die Stereotypen unserer Gesellschaft genau gleich mathematisch nachweisbar sind in diesen Modellen und entsprechend auch Auswirkungen haben können auf die ganzen Systeme, die diese Art von Modell verwenden. Beispielsweise sehen wir, dass Father is to Doctor as Mother is to Nurse, wo wir auf Englisch die Krankenpflegerin der Krankenpfleger und Arzt, Ärztin das gleiche Wort haben. Das bedeutet, wir haben zwar sehr viele Beziehungen, die wir als sehr nützlich empfinden, wir haben aber auch die Beziehungen, die in unserer Gesellschaft vielleicht vorhanden sind in den Trainingsdaten, die aber nicht gewünscht sind für zukünftige Anwendungen, die da aber drin sind und die aber auch zu einem noch relativ, sag ich mal, unabgeklärten Grad in den Entscheidungen und in den Anwendungen, die diese Art von Wortvektoren nutzen, inkludiert sind. Was heißt jetzt das? Also wenn diese Wortvektoren und Sprachmodelle die Stereotypen enthalten, dann ist natürlich die große Frage, wie äußert sich das in den Anwendungen, die das verwenden? Und das ist ein Teil, wo sich auch die Forschung noch mit auseinandersetzt, versucht zu verstehen, einerseits, was können wir dagegen machen und andererseits, was bedeutet es? Ein ganz wichtiger Punkt hier, und auf den kommen wir am Schluss noch zurück, ist das kritische Hinterfragen durch die Benutzerin oder den Benutzer. Es ist wirklich mit diesen Technologien so, dass Limitationen da sind und das entsprechend auch der Mensch im Zentrum bleiben muss. Ein Beispiel, wo man das relativ gut sieht, ist, dass wenn wir von Englisch the smart student and the beautiful student übersetzen, was ja beides männlich wie weiblich sein könnte auf Deutsch, bei den allermeisten sehr gängigen maschinellen Übersetzungen das hierbei rumkommt. Bei dem Beispiel, dass ich es ausprobiert habe, also es gibt ja jeweils den ausgewählten Satz und noch ein paar Optionen und bei die schöne Studentin war nicht etwa der schöne Student die Alternative, sondern die wunderhübsche Studentin oder die schöne Schülerin. Wir haben das jetzt hier gesehen anhand von dem Beispiel mit Text und maschineller Übersetzung, aber das Gleiche kann natürlich auch in anderen Arten von Systemen passieren. Schauen wir uns zum Beispiel an, was es da bei ChatGBT4 bei der Bildgenerierung so gibt, wenn man sich vier Bilder von Professors in Computer Science, also Informatikprofessorinnen, Professoren darstellen lässt. Ja, ich habe mir dann gedacht, das ist jetzt schon sehr einseitig. Ich dachte, vielleicht hat mich das System mitverstanden. Ich habe mich dann noch ein bisschen klarer ausgedruckt und gesagt, different, verschiedene Professorinnen und Professoren. Ja, ich habe mich jetzt nicht so wiedererkannt. Man sieht, dass ja die Diversität mehr eben durch die Position, vielleicht durch die Technologie ausgedrückt wurde, aber sonst ja relativ wenig. Sie sehen, worauf ich hinaus möchte und das ist diese Art von gesellschaftlichen Stereotypen sind in dieser Technologie drin, aufgrund der Daten, mit der sie trainiert wurden, aufgrund ganz unterschiedlicher, genau, auf diese unterschiedliche Parameter, die Einfluss hatten auf die Entwicklung von diesen Tools. Und das ja ist eben das erste Risiko, von dem ich jetzt berichten möchte, eben diese Gefahr, dass Stereotypen hier wieder abgebildet werden. Und wir müssen sehen, dass wir das hier bei Text oder bei Bildern noch relativ gut erkennen können. Aber es gibt natürlich Situationen, wo das viel, viel schwieriger ist oder wo das viel indirekter ist. Es kann ja zum Beispiel sein, dass wenn wir, stellen wir uns vor, wir generieren Geschichten mit dieser Art von Tools, dass dann längerfristig bestimmte Profile in dieser Geschichte immer bestimmte Eigenschaften haben. Und so weiter. Und das ist sehr schwierig, ist das überhaupt zu bemerken. Ein weiteres Risiko oder eine weitere Limitation von dieser Art von Software ist die Erklärbarkeit. Auch hier ein großes Thema in der Forschung, damit umzugehen, dass die Art und Weise, wie KI funktioniert, es oft schwer macht, zu erklären, wie die Ereignisse zustande kamen. Das liegt einerseits an der technischen Art und Weise, wie diese Systeme funktionieren. Also, dass es selbst für die KI-Spezialistin, den KI-Spezialisten nicht nachvollziehbar ist, wie das System zu einer bestimmten Entscheidung kam, je nach Technologie, die man verwendet. Und andererseits kommt noch dazu, dass bei kommerziellen Anwendungen sehr oft die Trainingsdaten nicht bekannt sind, die Details darüber, wie das System trainiert wurde, wie es nachjustiert wurde und so weiter nicht bekannt ist. Und das macht es natürlich ganz, ganz schwierig, die Risiken abzuschätzen und zu erkennen, sei es beim Einkauf solcher Software, beim Einsatz oder auch bei der Entwicklung, wenn man auf bestehende Komponenten zurückgreift. Eine weitere Herausforderung bei diesem Thema ist einerseits die Korrektheit der generierten Texte. Wer hat schon mal festgestellt, dass da großer Quatsch bei rumkam, bei den generierten Texten? Ja, ich sehe viele Hände, genau. Es gibt zahlreiche Beispiele, was manchmal lustig sein kann, aber manchmal natürlich auch sehr, sehr problematisch sein kann, wenn wir beispielsweise von Politik reden, von anderen Aspekten. Und hier ist es auch wieder ein bisschen so, dass die Art und Weise, wie die Texte erstellt werden, maßgeblich dazu beiträgt, dass so etwas eben passieren kann und dass es in der Verantwortung der Menschen liegt, die diese Texte produzieren, es zu verifizieren und die Verantwortung dafür auch zu übernehmen inhaltlich. Eine weitere Herausforderung ist, dass die Interpretation von Bedeutung und kommunikativer Absicht in diesen generierten Texten den Menschen dazu verleiten kann, die Texte anders wahrzunehmen, weil sie wirklich sehr eloquent formuliert und sehr menschenähnlich daherkommen. Die Sprachmodelle werden deshalb in diesem Paper hier auch als Stochastic Parrots, also statistische Papageien bezeichnet, die basierend auf Wahrscheinlichkeiten Wörter zusammenwürfeln, ohne eigentlich den Bezug zu der Bedeutung oder zu dem inhaltlichen Korrektheit hier haben zu können. Und das wiederum bietet Herausforderungen einerseits in der Art und Weise, wie wir diese Art von Tool einsetzen und andererseits auch in der Art und Weise, wie wir als Gesellschaft das Wissen aufbauen, wie man eben verantwortungsvoll damit umgehen kann. Ein großes Risiko, und hier ist es ja mehr ein menschliches als ein technisches Problem, ist natürlich der Missbrauch. Wo eine Technologie ist, die etwas kann, kann es Personen geben, die diese in anderer Art und Weise benutzen. Und da gibt es natürlich mit diesen neuen Methoden der generativen KI sehr, sehr viele Anwendungsfälle, die sehr problematisch sind. Wie wir gesehen haben, die Generierung von Texten, die Generierung von Texten in einem bestimmten Stil, in einer bestimmten Sprache, macht es es um viel einfacher, bestimmte Spam-E-Mails oder Fake News zu generieren. Wir haben dann über das letzte Jahr diverse Male in den Medien gesehen, das Problem von Deepfakes, sehr authentisch wirkende, aber gefälschte Bilder und Videos. Und da ist natürlich die große Herausforderung für die Gesellschaft, damit umzugehen, dass wenn wir ein Video von etwas sehen, dass es sein kann, dass das nie so stattgefunden hat. Also es gibt dann ganz, ja, in ganz unterschiedlichen Kontexten ganz, ganz viel als Gesellschaft zu lernen, um damit umzugehen. Es gibt natürlich auch die Unterstützung von Betrugsmaschen, wenn man jetzt daran denkt, dass man Stimmen basierend auf existierenden Videos nachbauen kann und dann beispielsweise bei jemandem anruft mit der Stimme von einer bekannten Person, natürlich wieder ganz, ganz viele gefährliche Anwendungsfälle, mit denen es als Gesellschaft umzugehen gilt. Zusammengefasst komme ich jetzt auf die Übersicht von diesen verschiedenen Risiken, die wir gesehen haben. Wir hatten einerseits gesehen, dass es das Problem gibt aus unterschiedlichen Gründen der fehlenden Transparenz und Erklärbarkeit. Das heißt, es ist natürlich ziemlich schwierig zu sagen, dass jetzt hier ein Stereotyp das Problem ist, beispielsweise bei einer Entscheidung, wenn man gar nicht genau weiß, anhand welcher Charakteristiken diese Entscheidung zustande kam von der Maschine. Auch wurde erwähnt, dass das Output eine Vorhersage ist. Eine Vorhersage, die meistens gut funktioniert, aber eben auch mal falsch liegen kann. Falsch liegen kann bei einer Klassifikation, falsch liegen kann bei Inhalten in generierten Texten. Wir haben einige Beispiele gesehen, wie die Stereotypen der Gesellschaft abgebildet sind oder in diesen Systemen drin sind und wo sich natürlich die große Frage stellt, wie gehen wir damit um und wie können wir dem Problem entgegenwirken. Wir hatten die menschliche Interpretation und den Anwendungsfall gesehen, beides Aspekte, wo es darum geht, von gesellschaftlicher Seite mit diesen neuen Technologien umzugehen. Wir sehen, es ist immer Technologie auf der einen Seite, aber sehr viel menschliche gesellschaftliche Sicht auf der anderen Seite. Und natürlich das andere Risiko, auf das wir jetzt in dem Vortrag nicht im Detail eingegangen sind, der Datenschutz bei der Verwendung dieser Anwendungen, was man in diese Web-Prompts oder in diese Anwendungen, die webbasiert sind, reinschreibt, was damit passiert und so weiter. Und all diese Punkte hier sind natürlich sehr relevant. Einerseits beim Einsatz, sei es beruflich als Privatperson von dieser Art von Technologie, aber andererseits auch bei der Produktwahl, bei der Definition der Systemarchitektur braucht man bestimmte vorgefertigte Komponenten, woher kommen die, was weiß man darüber und so weiter. Ein ganz wichtiger Punkt ist auch die Aufgabenteilung von Menschen und diesen neuen Technologien. Was sind Sachen, die man technisch ersetzen könnte oder möchte? Was sind Sachen, die Sinn machen, trotz der Risiken, wo wir verantwortungsvoll einen Einsatz finden können, der die Menschen unterstützt und so weiter. Und ganz wichtig natürlich auch die Risikoabschätzung, die natürlich insbesondere erst dann möglich ist, wenn bestimmte Informationen überhaupt vorhanden sind. Wir kommen ein bisschen wieder darauf zurück, wie soll sie denn jetzt aussehen, diese digitale Gesellschaft der Zukunft? Ich hatte am Anfang gesagt, dass das Bild, das ich generiert hatte, mir nicht so gut gefallen hat. Und was ich da vermisst habe, habe ich dann nachgefordert. Ich hätte nämlich gerne den Menschen ein bisschen mehr im Zentrum. Weil wir hatten auf diesem ersten Bild gesehen, dass die Technologie überall war und die Menschen liefen so her, hatten aber eine eher passive Rolle. Ja, sie sind jetzt hier mehr im Zentrum, sie machen auch ein bisschen aktiver was, aber ob ich mit dieser Vision so zufrieden bin, würde ich nicht sagen, aber es ist doch, ja, die Menschen sind ein bisschen mehr im Zentrum als beim ersten Bild. und das ist genau das, was ich mir wünsche für die digitale Gesellschaft der Zukunft. Ich wünsche mir, dass wir Technologien beantwortungsvoll einsetzen, dass wir von dem großen Potenzial, das doch von dieser Art von Technologie ausgeht, profitieren, indem wir Technologie erschaffen, dass die Menschen unterstützt, anstelle anstrebt, sie zu ersetzen. Ich sehe da sehr viel Potenzial für Unterstützung bei repetitiven Aufgaben. Es gibt die Möglichkeit, dass Menschen sich auf Sachen konzentrieren, für die vielleicht keine Zeit ist. Wir können da ein bisschen so weit gehen, dass wir sagen, wir können unsere Gesellschaft mit Technologie unterstützen, indem mehr Zeit bleibt, nachhaltig zu leben oder gesellschaftliche Probleme wie Stress zu unterstützen. Aber der Einsatz von dieser Technologie muss in einer verantwortungsvollen Art und Weise geschehen. Und das ist auch so ein bisschen mein Fazit. Man muss sich den Limitationen dieser Technologie bewusst sein, die Gefahren, die es mit sich bringt und muss sich viele Fragen stellen, unter anderem ist der Anwendungsfall geeignet, sind die generierten Inhalte denn korrekt? Das heißt, der Mensch muss im Zentrum sein, der Mensch muss die Verantwortung tragen und das Ganze auch kritisch hinterfragen. Und ich denke, dann haben wir wirklich die Möglichkeit, als Gesellschaft von dieser Technologie bei verantwortungsvollem Einsatz gut profitieren zu können. Und jetzt freue ich mich, mit Ihnen noch zu diskutieren. Ja, vielen Dank Mascha. Wenn ihr Fragen habt, bitte reiht euch beim Mikrofon ein und ich sehe, wir haben da schon eine Frage. Bitte. Ja, herzlichen Dank für den Vortrag. Ich hätte gerne eine Bemerkung noch angefügt zum Stichwort Intelligence. Da sind wir ja wieder bei einem Übersetzungsproblem, dass nämlich das englische Intelligence, wenn ich das richtig sehe, nicht nur Intelligenz bedeutet, sondern eben Erkenntnis, zum Beispiel nachrichtendienstliche Erkenntnis, die ja nicht immer intelligent ist, wie wir wissen. Also ich denke, da ist auch ein Übersetzungsfehler drin, solche Sachen passieren oft. Wenn wir da englische Ausdrücke ins Deutsche übernehmen. Ich habe noch eine technische Frage, es würde mich sehr interessieren, wenn Sie mehr sagen könnten, wie man auf diese 300 Dimensionen kommt, was das für Dimensionen sind, sind die irgendwie interpretierbar oder ist das voll abstrakt, voll einfach 300 Dimensionen, weil wir 400 nicht stemmen können rechnerisch oder wie geht das? Danke. Ich fange vielleicht bei den 300 Dimensionen an. Das ist ein Beispiel von einem sehr weit verbreiteten Algorithmus, wo diese Art von Vektoren bereitgestellt werden. Das sind 300. Man könnte sagen 200 bis 500 zwischen den verschiedenen Algorithmen. Das sind Erfahrungswerte aus der Forschung. Es sind kleinere Dimensionen im Gegensatz zu, wenn man jetzt Vektoren schaffen würde, wo jedes Wort dem möglichen Vokabular ein Eintrag wäre. Dann hat man weitaus größere Dimensionen. Es ist basierend auf Erfahrungswert und das 300 Dimensionen ist einfach ein Beispiel von einer häufig verwendeten Technologie. Aber es muss nicht genau 300 sein. Und zum Begriff der Intelligenz. Ja, das ist eine sehr gute Anmerkung. Das ist sicher ein großes Teil des Problems, dass es auf Deutsch noch wesentlich schwieriger ist mit diesem Begriff künstliche Intelligenz als Artificial Intelligence. Aber selbst da ist schon ein bisschen die Historie des Begriffs Artificial Intelligenz schon so diese Vision eine möglichst menschenähnliche Technologie zu erschaffen, mit der ich mich eben auch etwas schwer tue. Und ganz allgemein ist es ja so, dass der Begriff der Intelligenz, also was heißt denn eigentlich intelligent und wie messen wir es, ja jetzt auch im Rahmen von diesen ganzen Diskussionen wieder aufgerollt wird und auch da noch sehr viel Diskussionspotenzial besteht. Bitte. Erstmal vielen Dank für die deutsche Übersetzung von schwierigen mathematischen Themen. Und zum Zweiten Sie haben gesagt, dass es ja auch komplexere Bilddarstellungen gibt. Sie haben mit Sicherheit diese Grau-Weiss-Aufnahme gesehen von hungernden Menschen, die nachts versuchen, Nahrungsmittel zu gewinnen in Gaza. Und wenn ich das übersetze, was Sie uns erklärt haben mit diesem Vektormodell, dann muss das eigentlich eine Fake-Aufnahme sein. Würden Sie das bestätigen? Ich sage das aufgrund der Abstände der Menschen, wie sie sich bewegen und so weiter. Ich glaube nicht, dass wir jetzt hier ein Beispiel etwas konkreter zu sagen können. Aber können Sie noch mal ein Beispiel dazu geben für diese komplexeren Bilddarstellungen? Danke. Ja, was man vielleicht sagen kann über die Erkennung von Fake-Bildern oder Fake-Texten ganz allgemein, es ist sehr, sehr schwierig. Also wir können nicht einfach bei einem Bild technisch meistens feststellen, ob es sich um ein Deep-Fake handelt oder um ein echtes Bild. Und deswegen ist es sehr, sehr schwierig von einer technischen Perspektive. Es werden verschiedene Varianten diskutiert, wie beispielsweise diese Bilder zu kennzeichnen, was aber auch wieder die Herausforderung ist, wenn jemand das mit einem böswilligen Hintergrund macht, ob das Bild dann entsprechend gekennzeichnet wird. Also es sind auch Diskussionen, die geführt werden und die ganz wichtig sind, dass man eben irgendwelche Möglichkeiten hat diesbezüglich. Wir haben noch Zeit für eine Frage, denke ich. Ja, Sie haben ja die Funktionsweise von KI sehr schön geschildert. Vielen Dank dafür. Da ist mir der Gedanke gekommen, ist es nicht so, dass das Einzige, was KI produzieren kann aufgrund ihrer Funktionsweise, ist es nicht so, dass das wirklich alles nur Stereotypen sind. Und es ist es nicht so, dass auch gerade deshalb KI überhaupt entwickelt wird, um wirklich immer nur jedes Mal Stereotypen zu produzieren. Ich meine, Ihr Beispielbild ist ja, wenn man das nochmal anschaut, das ist ja nur stereotypisch. Ja, das ist ein bisschen das Problem. Genau, wir haben natürlich das Problem von Bias, aber das entsteht ja nur, weil diese Stereotypen in, sage ich mal, in unausgewogenen Daten da sind. Aber es ist natürlich gleichzeitig so, dass das ganze Prinzip von maschinellen ja auch Beziehungen passiert. Wenn alles immer genau gleiche Abstände hätte, könnte man bestimmte Sachen auch nicht durchführen. Und eben, man muss dann vielleicht unterscheiden eben zwischen der Art von technischer Notwendigkeit oder auch die für uns sinnvoll ist, wie beispielsweise, dass Katze und Hund näher beieinander sind und der Art von gesellschaftlichem Stereotyp, sozusagen ein unerwünschter Bias, der halt auch vorhanden ist, aber den man ja nicht verstärken oder wiedergeben möchte durch die Technologien. Aber das macht es eben ja technisch auch sehr, sehr schwierig und ist dann ja in einer bestimmten Stufe auch irgendwo Werte basiert, was die gewünschten Beziehungen sind zwischen den Wörtern und welche nicht. Vielen Dank. Wir sind jetzt leider am Ende der Zeit. Vielen Dank nochmal als Mascha. Und bitte. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020